Wir bieten Wohnplätze und Schutz für Frauen und ihre Kinder. Und ambulante Beratungen bei familiären Krisensituationen für Frauen, die nicht bei uns wohnen. Wir beraten bei Themen körperlicher oder sexueller Gewalt, Bedrohung oder psychischer Gewalt, Stalking, Trennung und Scheidung. Wir unterstützen bei Entscheidungsfindung. Die kostenlose persönliche Beratung durch Sozialarbeiterinnen ermöglicht individuelle Lösungsansätze und ist auf Wunsch anonym. Wir begleiten Sie durch den Veränderungsprozess. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Perspektiven für ein eigenständiges und unabhängiges Leben. Wir informieren Sie über die rechtlichen und persönlichen Folgen einer Trennung hinsichtlich der gemeinsamen Kinder und der Wohnsituation. Wir bieten kostenlose und anonyme Rechtsberatung. Eine Juristin berät zu familienrechtlichen Fragen wie Vermögen, Schulden und Wohnen. Falls notwendig, erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam eine Gefährlichkeitseinschätzung und einen Notfallplan für Ihre Sicherheit. Wir arbeiten eng mit Einrichtungen wie dem Gewaltschutzzentrum, der Schuldnerberatung und dem Kinderschutzzentrum zusammen. Das Frauenhaus bietet Schutz durch sofortige Wohnmöglichkeit für akut von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Ein Einzug ist jederzeit möglich. Bringen Sie bitte möglichst bei Einzug Dokumente von Ihnen und Ihren Kindern mit. Schulsachen, Lieblingsspielzeug und persönliche Gegenstände. Im Notfall können wir Sie mit Dingen des täglichen Bedarfs im Frauenhaus unterstützen. Frauen und ihre Kinder können im Frauenhaus zur Ruhe kommen und mit Hilfe unserer Sozialarbeiterinnen Perspektiven für die Zukunft entwickeln. Sie werden bei organisatorischen und rechtlichen Abläufen unterstützt. Mitarbeiterinnen des Frauenhauses sind unter der Nummer 0725287700 rund um die Uhr erreichbar. Frauenhaus Steyr Have a great day. Have a great day. Untertitelung des ZDF, 2020